Ich wünsche dem House of One, dass es ein Zentrum der Begegnung wird von Menschen ganz unterschiedlicher Religionen und Weltanschauung. Ich wünsche mir für das House of One, dass es ein Leuchtturm wird. Ein Leuchtturm für ein friedliches Miteinander der Menschen unterschiedlicher Religionen, insbesondere der Christen, Muslime und Juden in Deutschland und in der Welt. Ein Leuchtturm, der hinausstrahlt in die Welt und möglichst viele Nachahmer findet.